Sind Julia Beautix und der Streamer Revi ein Paar? Schon länger wird gemunkelt. Nun gibt es weitere Gründe zur Annahme. Die beiden wurden wohl in Düsseldorf in einem Club gesichtet. In einem Video soll zu sehen sein, wie sich die beiden näher kommen. Es soll sogar zu einem Kuss gekommen sein. Revi reagierte bereits in einem Video darauf. Zunächst prangerte er in dem Video an, der Club habe die Privatsphäre der beiden missachtet, indem sie eine Kamera auf die beiden gerichtet hätten. Anschließend erklärte er, dass bald noch ein Video zu dem Thema folgen würde und eventuell auch ein Statement. Ob zwischen den beiden also mehr läuft, ist noch nicht klar. Aber vielleicht bringen der 31-Jährige und die Influencerin ja bald Licht ins Dunkel.